Sie fürchten weder Tod noch Teufel ist ein US-amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1966. Regie führte Mark Robson, das Drehbuch schrieb Nelson Gidding anhand des Romans Die Zenturionen von Jean Latgay. Handlung, die von LT, Colonel Pierre Raspegay befehligte Einheit der französischen Fallschirmjäger erlebt in französisch Indochina die Niederlage von Thien Bien PHU. Nach Gefangenschaft und dem folgenden Waffenstillstand kehren die Soldaten in ihre Heimat zurück. Der aus Algier stammende arabische Offizier Maidi geht zu seiner Familie und erlebt, wie sein jüngerer Bruder erschossen wird, weil er in Dependance an eine Hauswand gebünselt hatte. Nachdem auch noch das Unternehmen seiner Eltern durch Franzosen zerstört wurde, geht er in den Widerstand. Raspegay, ehemaliger Schafhirte, nun ein Mann um die 50, bekommt wegen mehrerer Disziplinverstöße kein neues Kommando übertragen. Er bemüht sich um erneuten Einsatz und übernimmt kritiklos einen unangenehmen Auftrag in den aufflammenden Unabhängigkeitskämpfen in Algerien. Dazu sammelt er seine ehemaligen Offiziere aus Indochina, die mittlerweile ein ziviles Leben führen. Unter ihnen ist Philipp Esclavier der Einzige, der kämpfen nur um des Kämpfens willen ablehnt. Doch Raspegay überredet ihn. In Algerien sieht sich Raspegay fehlender Zusammenarbeit und falschen Informationen der lokalen Administration gegenüber und greift mehr und mehr zu eigenmächtigen Handlungen. Er erpresst einen Bürgermeister mit dem Wissen, dass die von den aufständischen benutzten Waffen aus der Waffenkammer der Behörden der Stadt stammen. Um sich die Benutzung eines Hubschraubers zu sichern. Obwohl der Bürgermeister die Aufstellung der Wachposten in jeder Siedlung fordert, blockiert Raspegay lieber die Gebirgsstraßen der Region und sucht nach den aufständischen. In einer der Siedlungen werden die französischen Bewohner getötet, wie Raspegay vermutet, von den arabischen Landarbeitern, die danach zu den Rebellen geflohen sind. Die angeblichen Räuber, die Raspegay mit seiner neuen Einheit unschädlich machen soll, entpuppen sich als gut bewaffnete und militärisch agierende Gerier, die von Maidi kommandiert werden. Drei Soldaten von Raspegays Einheit werden von einem Zuarbeiter Maidis in einen Hinterhalt gelockt und brutal umgebracht. Dies geschieht unmittelbar vor den Touren des Dorfes Ralem. Kapitän Beuys Feuers übt ohne weitere Untersuchung blutige Rache an allen männlichen Dorfbewohnern. Esklavier versucht ihn zurückzuhalten, was ihm nicht gelingt. Als Raspegay davon erfährt, verurteilt er das Massaker, benutzt es aber dennoch als Warnung an die Einheimischen. Er übergibt Beuys Feuers nicht dem Militärgericht und setzt sich dadurch selbst unter Druck, mittels weiterer Erfolge nachfragen der Generalität zuvor zu kommen. Nachdem bekannt wird, dass ein Munitionstransport unterwegs ist, der die Kräfte der Aufständischen erheblich stärken würde, soll Raspegay unautorisiert die Stadt Algier mit Kriegsrecht belegen, um die Zentrale der Widerstandsorganisation zu finden. Er hat Bedenken, wird jedoch vom zuständigen General mit dem Massaker von Ralem unter Druck gesetzt. In Algier wird Esklavier von Aisha, der Schwester Maidis, in eine Liebelei verwickelt und missbraucht. Um in Aishas Handtasche sprengt Zünder durch die Kontrollen zu schmuggeln. Esklavier distanziert sich zunehmend, als er sieht, wie von seinen Kameraden Geständnisse unter Folter erpresst und durch Denunzianten erlangt werden und er erkennt, dass Raspegay dies nicht nur duldet. Dieser lässt unter Zeitdruck widerrechtlich die Polizeiaktenbeschlagnahmen und reihenweise Bürgerverhören, immer in der Hoffnung, dass der Sieg ihm nachträglich Recht geben wird. Dabei wird auch Aisha verhaftet, die Esklavier unter der Bedingung, dass Maidi nicht getötet wird, den Aufenthaltsort von dessen Truppe verrät. Dort angekommen, begibt sich Raspegays Einheit in die letzte Schlacht. Beuys Feuerers hetzt um des Sieges willen Soldaten durch einen Engpass, wo sie reinweise getroffen werden. Raspegay missbraucht einen Hubschrauber des Roten Kreuzes, um die Aufständischen von hinten anzugreifen. Schließlich wird der verwundete Maidi entgegen der Abmachung von Beuys Feuerers erschossen. Raspegay rechtfertigt dies wiederum mit dem militärischen Erfolg, woraufhin Esklavier den Dienst quittiert. In der Schlusssequenz werden Raspegay, Beuys Feuerers und dem Rest der Einheit Orden verliehen, während Esklavier allein und in Zivil den Ort verlässt. Mit Freude sieht er, wie die Aufschrift Indépendance, die von einer Wand mühsam abgewischt wird. Um die Ecke von einem Jungen an einer anderen Wand erneut aufgemalt wird. Kritiken Bosley Grotwa schrieb in der New York Times vom 15. September 1966 Der historische Hintergrund sei lediglich ein Lippenbekenntnis. Der Film mit seinen Schießereien, Überfällen, Vietnamesen, Arabern und politischen Intrigen könne alle Zuschauer hellwach halten. Die keine Historiker seien. Claudia Cardinale sei wahrscheinlich die hübscheste Spionin, wenn nicht die beste Schauspielerin im Film. Das Lexikon des internationalen Films schrieb, der Film sei technisch überdurchschnittlich und in der Inszenierung der Massenszenen meisterlich. Er spare eine Zeichnung der politischen Zusammenhänge aus und erschöpfe sich im Vorzeigen grauenhafter Gemetzel, was ihn zum fragwürdigen Durchhaltefilm mit pro-französischer Note mache. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt der evangelische Filmbeobachter. Leider in weit stärkerem Maße ein Durchhaltefilm als eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Algerienkonflikt als solchem. Dieser Umstand beeinträchtigt das Interesse an dem Streifen und macht ein gefestigtes Urteilsvermögen erforderlich. Hintergründe Der Film wurde in Spanien unter anderem in Madrid gedreht. In Frankreich zählte man ca. 4,3 Millionen Kinozuschauer. Die Figur des LT. Colonel Pierre Raspergay bezieht sich auf den französischen General Jacques Massoud, den Kommandeur der 10. Fallschirmjäger-Division, der im September 1957 in der Kaschbe von Algier in der Schlacht von Algier erfolgreich gegen die Kämpfer der FLN gekämpft. Hatte und hierfür von den Franzosen in Algerien den Ehrentitel Held von Algier verliehen bekam.